Hallo zusammen, ich bin in Wien und das Herd ist der Weihnachtsmarkt. Liegt neben dem Rathaus. Heute ist der 26. Dezember. Heute ist der Markt der letzte Tag geöffnet. Wir sind da zum Mittagessen und wir essen eine Knoblauchcreme Suppe. Die Suppe würde im Brot serviert. Das ist sehr gut und lecker. Mahlzeit. Freue Weihnachten.